Ich habe einen wunderschönen Guteball gewünscht. Ich wünsche euch ein neues Spiel. Let's play... ... und... Musik. Ich hoffe, dass Leute am Deck können hier weiter schützen. Wenn ich hier... ...ein Kampf muss kommen. Da ist mir tief ein... ...ein Zorn. Da ist ein Stach. Ich komme hier in einen Zorn ran. Das ist ein Worte. Zwischen uns und ihrem Anführer steht jede Menge Feuerkraft. Sie nennen ihn den Erhabenen. Arkan hat ihn hier eingesetzt. Aber eigentlich ist er kaum mehr als ein Diener. Und nicht ganz bei Verstand. Wird auch Zeit, dass ihr endlich hier seid. Kosten. T7 hat mir gesagt, dass ihr nach Bruchstadt wolltet. Den Rest habe ich mir selbst zusammengeräumt. Ihr müsst ja einen hübschen Umweg gegangen sein. Was in Skyvers Namen macht ihr hier? Traut ihr uns nicht zu, dass wir die Sache erledigen? Ich bin euch aus gutem Grund jahrelang um Längen voraus gewesen. Es ist nicht meine Art, den falschen Leuten zu trauen. Nichts für ungut, Fremdling. Euch will ich wirklich vertrauen, also verrate ich euch was. Der Erhabene hasst Ritter. Er wird kein Wort mit Senja sprechen. Ich bringe ihn zum Reden. Also, ich gehöre zu den einfachen Leuten. Ich spreche ihre Sprache. Wenn ihr mit den Herolden ein Geschäft aushandeln wollt, bin ich euer Mann. Das sind wahnsinnige Verbrecher. Sie machen keine Geschäfte. Es ist offensichtlich, dass ihr beide nicht zusammen arbeiten könnt. Senja, ihr kommt mit mir. Koth, ihr haltet die Ohren offen. Ihr macht einen Fehler. Ah ne, wahrscheinlich wie viel die Lauf von ihm wie von dir. Ich weiß nicht wie was. Whatever. Und da muss man nur dran. Also, ahn. Machen wir so dran. Also. Das ist nicht so. In Anführungszeichen sehr klein. Story. Schölle. Äh. Schalter viel tatsächlich. Schölle. Framensch. Du könnt das. Das ist abseits die Tippe, wie das an mich schon so erzählt. Und da könnt ihr. Ja, äh. Kannst du mal die Chatkamera ummachen. Gell? Schon mal da schwärzen. Und hier und so. Blablabla. Pipapo. Das geht hier relativ oft auch viel. Und da könntest du. Du wirst schon auf wie diese Sachen her. Da müsst ihr einfach. Du warst schon mal so gescheit. Und ähm. Jetzt hab ich mal drüber. Jetzt du den äh. Wie du den Chatkam um bist. Guckst du mal. Ja, egal du. Du schreibst ein bisschen komisch. Und dann. Also weiter. Die ganze. Ho. Äh. Und da müsst ihr tatsächlich. Die Kamera um. Und dann. Und du müsst dann. Und da könntest du. Und dann ähm. Wo ist tatsächlich. Der PI-Adress raus. Und du wart ja. Der PI-Adress raus. Innerhalb von 5 Minuten. Okay. Das bedeutet dann. Als tatsächlich. Wo. Ähm. Videos. Ob. Youtube. Und auf einer Seite. Aufgeladen gehen. Und dann könntest du. Und dann. 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 Du sagst. Und dann. Du sagst dann. Und dann. Ja. Denn du sagst. Ich hab dir gesehen. Wann. Und dann. Ähm. Verstehst? Ähm. Die Schuss. Kann du. Dass du. Du sagst. Ja. Weil du sagst. Illegaler. Leute erpressen und so Sachen zu machen. Also der richtige Weg eben... Also der richtige Weg eben, die Leute zu entgehen zu gehen... Gesetzlich wahrscheinlich nicht. Moralisch, für die Leute, die in Hand zu lehnen, dass sie so damit nicht mehr machen, wahrscheinlich ja. Wie gesagt, ich werde nicht bekannt von den Bekannten. Und ja, das war total cool, wenn du so Sachen kannst, dann geht das doch. Und du kannst auch sagen, ja, wenn ich absolut gut kenne, dann hier und so. Irgendetwas, wenn du nicht mal erwähnt kannst, ich absolut nicht gesehen hast. Dann gehen die kompletten Daten und Polis mit dem Verlaubern hier und so. Das sind die Menschen schon relativ genug, so. Also, ich stecke noch mal Pause bei der Musik an, ich stecke noch mal einfach. Wir können noch mal einen Zehn, wo wir... ... zum Fall... ... ähm, vier gespielt kriegen. Genial. Oder? Und das? Boah! Da, woher geht das? Wir haben tatsächlich komplett das neue... ... Ding neu geholt. Okay. Ne. Können wir mal versuchen, weil der Welt ist von... Nein, Timo, also das ist Luftgeist für mich. Ähm. Allgemein die Zwischensequenz mit dem, äh, Vertonen mit dem Dialog. Das ist genial, das ist das. Du könnt, äh, W.O.W. leider nicht drinnen. Weil, W.O.W. hast extra drin, auch manchmal so ein Ding. Wow, wie geil. Du könnt so, cool. Und hier sind eben permanent aus. Du länger denken an die Ahnung, wenn's, äh, weiter müssen. Jetzt, hab ich alles gemacht. Du könnt auch, leider... ... musst so, leider, leider. Kein, ähm, Final Fantasy drinnen. Äh, Final Fantasy ist genial. Ich, äh, so nicht, dass Final Fantasy noch schlecht ist. Das ist mir Final Fantasy ist cool. Äh, äh, Will Reborn. Aber, äh, könnt bei weitem nicht drinnen. Das wird Star Wars einmal. Star Wars ist ein geniales Spiel. Äh, unter dem ich wüsste von Coconauts tatsächlich entgegen. Ich kann nicht so, dass Star Wars schlecht ist, man. Alles spiel heute sind vier Ersehnungdäler. Ja. Ich kann... Boosh, das römt direkt, du hong. Ja. Ja. Ich fand Star Wars, das wirklich, was ich finde, aufmacht. Ich fand's... Egal. Ja. Ich fahre. Dann hab's noch nicht gleich weg. Mach man questionen ab. Ach, graf doch nicht weißt. Weißt du genau das umsonst als ein L tragedy zu hören? Nee. Ich bin sicher ganzannyaDad. Ich wollte minus die Zeit aus wie aus hundred und drinnen. Säは nicht mehr da zu Hauseocken. Einen Tee mit Metzchen Ich muss jetzt nur tatsächlich durchschnazen, bis zum Gegner nicht mehr Warte, die vierteile. Keine, wir müssen uns noch lang gestrickt. Ähm, ähm, warte, 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 wir haben noch gesagt. Sie schnauze 6. Ich habe ein Ziel für euch ausgeschaltet. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich kann mit Liefen man denken. äh mit Laserschwert und äh manchmal so fisch geht irgendwie hin wie mit dem mit dem Kot stellt euch vor sie würden all diese Energie in eine wahre Sache stecken weil der Kot ja ich kenne den Kot mh ah, gefällt mir, ich finde, ich weiß nicht wie weit, dass wir... ok muss ich auch schon aus weil wir gesehen verschwunden alles danke, Fremdling ihr erspart mir die Unannehmlichkeit euch jagen zu müssen uuuh uuuh, wir ruckeln dran what the hell, reden wie ich brauche Informationen die anscheinend nur ihr mir geben könnt sehe ich aus wie jemand, den es interessiert, was ihr möchtet? ihr dürft nicht in der alten Welt bleiben eure Anwesenheit bedroht die Ordnung für die wir gekämpft haben Ordnung, aber nicht Gerechtigkeit ihr lasst Verbrechern gewähren und beutet die Schwachen aus ihr seid Monster das wahre Verbrechen ist es eine Gesellschaft zu kultivieren die von untauglichen Narren geführt wird, die nicht wissen, was Elend ist und ihr ich habe ein Abkommen mit Imperator Arkan keine Ritter verschafft uns ein Treffen mit der Herrin der Leiden und dann geht ihr das ist euer Vorschlag das ist kein Vorschlag tut es ok wir machen einfach nur heute Schluss weil wir kriegen doch wahrscheinlich ein richtig fester Kampf zu wenigst ähm ich sage einfach mal Tschüss Jukowski und have a nice day